Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac und heute wieder beim Freitags-Flash mit einem weiteren neuen Display, Sonne, Mond, Nacht in Flammen. Ich habe bereits vier Displays hier auf diesem Kanal geöffnet. Nun sind nur noch zwei übrig, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Und in dem letzten Display, im vierten Display, hatten wir nicht so ganz so geniale Puls drin. Die ersten drei Displays, damit bin ich richtig zufrieden gewesen. Die ersten zwei waren hammermäßig, das dritte war auch ganz gut. Und nur das vierte fiel da so ein bisschen außer Reihe. Bisschen schade, aber nicht schlimm. Wir haben noch zwei Stück übrig, um das wieder auszugleichen. Und ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Wir werden uns da gleich sofort reinstürzen. Genau, hier in dieser Serie Freitags-Flash geht es darum, euch mit genialem Puls zu überraschen, zu flashen und umzuhauen. Wenn ich natürlich das Plastik abkriege. Das ist die Bedingung. So. Ha. Das letzte Display war von außen ziemlich zerdutscht. Übrigens, vielleicht lagen daran die schlechten Puls. Wer weiß. Hat es verhext. So, Sonne, Mond, Nacht in Flammen. Von vorne und von hinten. Helllodernde Kämpfe, tiefschwarze Nacht. Sehr nice. Schöner Spruch. Hier von diesem... Von diesem Set. Genau. Sonne, Mond, Nacht in Flammen. Wir haben vier verschiedene Booster-Pack-Artworks. Diese Pokémon gibt es natürlich alle als GX auch in dem Set. Ich habe noch kein normales Ho-Oh-GX gezogen. Und noch kein normales Mach-O-Mai-GX. Sehr verrückt. In einem von diesen Displays werden wir hoffentlich die beiden kriegen. Zumindest einen noch davon von mir aus. Den anderen kann ich mir ja dann noch irgendwie ertauschen. Von mir aus so rum. Hauptsache ist, so wenig Doppelte wie möglich zu kriegen. Außer von den normalen GX. Die sind dann natürlich zum Tausch. In den meisten Fällen. Zapladin, Zwirlicht, Iskala, Velursi, Krabox, Elektroenergie, Seemon, Lunarstein, Rizeros, Glutexo-Rivers, sehr schön, und Krabbel. Von dem Glurak-GX normal habe ich auch bisher nur eins gezogen. Davon kann ich von mir aus noch ein zweites ziehen. Das würde ich mir dann auch erstmal noch in die Seite legen, wenn ich das ganz gerne mag. Aber sonst... Genau. Mal sehen. So. Code an die Seite. Eins, zwei, drei, vier. Vier vor die zwei, die sich davor befinden, damit die Reverse-Holo und die potenziell seltene Karte ganz nach hinten im Pack rutschen. Sneebel, Toxipet, Toxipet, Seeper, Wommel, Ladybar, Psychoenergie, Sonnenfüll, Broomlay, Zapla, Leck, Caradonis ist die Reverse und die Sternen, Rettung, 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 Rettungstrage, Secret Rare, Leute. Unglaublich. Unglaublich. Ich kann unser Packlack kaum glauben. Und das in einem Case, das ist sehr, sehr cool. Das freut mich enorm. Normalerweise sagt man so, dass so ein, ja, also, Hammer. Rettungstrage, genial. Wähle eins aus. Nimm ein Pokémon aus deinem Ablagestapel auf deine Hand. Oder mische drei Pokémon aus deinem Ablagestapel in dein Deck. Sehr cool. Rettungstrage. Nice. Das gefällt mir. Es gibt zwar noch andere Secret Rare Trainer, die ich jetzt auch eventuell noch ein bisschen lieber gezogen hätte, aber nicht schlimm. Zum Beispiel das Super, ach, wie heißt es noch? Super Aufwirblungsding. Ihr wisst schon, das, was man Super Aufwischwirbel oder so, kann das sein, dass es so hieß? Den hätte ich gern als Secret Rare gezogen. Falls ihr ihn zum Tausch habt, könnt ihr ihn mir auch gerne anbieten. Aber das ist echt schon ein Hammerpull. Da kann man nichts sagen. Secret Rare Rettungstrage. Zapladin. Zwirlicht. Iskala. Velursi. Krabbox. Eine Feuerenergie. Wo ihn genau. Rollum. Glutexo. Hoodhood. Reverse. Und Skaraborne. Nächstes Pack. Doch, doch, da bin ich sehr zufrieden. Und das schon nach, also, und das schon im zweiten Booster, schon ziemlich gut. Nun das vierte Booster-Pack hier, in diesem Opening. Arakwa. Tangela. Rihorn. Riolu. Wommel. Pflanzenenergie. Super Anziehungskraft. Das meinte ich als Secret Rare. Genau. Das hätte ich gern als Secret Rare. Wirf eine Münze, nimm bei Kopf 1 deiner Pokémon und alle anders angelegten Karten auf deiner Hand. Soda, Cheetah, Fran oder Fran, Toxty-Quack und Zaplarang. 1, 2, 3, 4. Tangela. Arakwa. Iskala. Trasla. Krabox. Kampfenergie. Sonnfell. Brumley. Zaplaleck. Reißlaus. Lucario-Holo. Die hatte ich fast unterschlagen. Sehr cool. Jetzt nehme ich so eine dunkle Karte, aber umso schöner. Mit diesem Holo-Effekt. Nice. Das ist ein schöner Pull. Das freut mich. So. Ui. Da kann man nicht meckern. Echt schöne Holo. Ich hätte gerne noch ein Raichu-Holo. Davon habe ich, glaube ich, bisher nur eins gezogen. Und ein Dark-Rein. Arakwa. Tangela. Rihorn. Riolu. Wommel. Feenenergie. Fluchtseil. Rotom-Pokedex. Vipitis. Porygon und... Also Porygon 2. Und Tortunator. 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 So. Next one. Meryl. WG-Mack. Psyau. Yes, Pikachu. Das ist echt ein schönes Artwork. Oder wie seht ihr das? Schreibt es mir unten in die Kommentare, wie ihr das Pikachu findet. FM. Finsternes Energie. Super Anziehungskraft. Sudachita. Fran. Oder Fran. Hallo, da hat Franz. Kosturso. Winkt uns zu. Will uns umarmen. Genau. Was ist eure Lieblingskarte aus dem Set? Das würde ich auch gerne wissen. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wenn ihr mögt. 1, 2, 3, 4, 1, 2. So. Wir haben Rappi. Wir haben Meryl. Wir haben Rihorn. Sankabu. Hut, Hut. Finsternes. Ach, Finsternes. Psycho-Energie. Fleißiges Staffelholz. Das finde ich ist immer noch der verrückteste Name von allen Trainerkarten hier. Fleißiges Staffelholz. Bundleby. Chris. Wubungus. Ho-Oh-GX. Leute. Hammer. Läuterfeuer. Phönixbrand. Und ewige Flamme GX. 190 KP. Läuterfeuer. Diese Attacke fügt einem Pokémon deines Gegners 50 Schadenspunkte zu. Wenn du Schwächer und Resistenz mit Pokémon auf der Bank nicht an. Phönixbrand. 180 Schadenspunkte. Dieses Pokémon kann Phönixbrand während deines nächsten Zuges nicht einsetzen. Ewige Flamme. GX. Lege eine beliebige Kombination aus drei. Feuer-Pokémon GX oder Feuer-Pokémon EX. Aus deinem Ablagestapel auf deine Bank. Das ist ganz klar nur, hat nur einen Sinn und einen Zweck. Dieses Pokémon lohnt sich nur im Early Game. Und eigentlich ist der Sinn davon, was wohl, dass man sich das Glurak sofort auf die Bank setzen kann. Wenn man Glurak zuvor, am besten zwei Glurak GX, mit Hyperwellen auf den Ablagestapel befördert hat und dann Ho-Ho GX Move einsetzt, ganz klar, hat man die Glurak GX auf der Bank, ohne sie vorher entwickelt haben zu müssen. Das ist nützlich. Nützlich. Deswegen dieser GX Move. Deswegen gibt's den überhaupt. Falls viele sich denken, was ist das für ein Unsinn GX Move. Es gibt damit echt eine gute... eine gute Taktik eineher. So, eins, zwei, drei, vier. Machen wir mal GX. Das ist, glaube ich, die einzige GX, die noch fehlt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist auf einmal so dunkel. So. Jetzt aber wieder. Merrill. WG-Mark. Pseo. Pikachu. FM. Eine Metallenergie. Fluchtseil. Rotom. Pokédex. Fipitis. Tangela. Reverse. Darkrai. GX. Hammermäßig. Das Pokémon aus der Asche, hier im Hintergrund, zusammen mit Darkrai GX, das Pokémon der Albträume. Sehr cool. Mit Restauration, dunkle Spaltung und Sackgasse GX. Sehr nice. Das ist echt cool. Das gefällt mir. Sehr, sehr schöne Puls, muss ich sagen. Hammer. Leute, also... Und wir haben noch 10 Booster vor uns. Das kann ja bunt werden hier. Wenn jetzt in diesem Part noch eine Full Art drankommt, dann raste ich wahrscheinlich völlig aus. Das ist gut möglich. Ja, das geht überhaupt nicht schön auf, dieses Pack. Aber... Wir haben das irgendwie gemanagt. So. Damit verabschiede ich mich von meinem Plan, in 15 Minuten mit diesem Video durch zu sein. Sneevel, Krabbox, Mautzi, Velursi, Vigimac, Elektroenergie, Quälendes Spray, Tracy, die gibt es übrigens auch als Full Art, Pipitis, Polygon, oh, Polygon Rivers, und Dianzi, Holo, Leute. Nicht übel. Ich muss ein paar Filmen hier rausbekommen. Ja. So. Nice. Dianzi. Schönes Artwork. Definitiv. Passt zu Dianzi. Genau. Nächste Packs. Jetzt müssen eigentlich ein paar Sternkarten hintereinander kommen. Jetzt haben wir so abgesahnt. So dermaßen. Mit GX und einer Secret Rare. Genau. Alola, Radfratz. Soda, Mac. Raupi. Porygon. Caradonis. Eine Pflanzenenergie. Vipitis. Duflora. Lola. Lasho King. Und Calamaneo. Capukime. Die wäre als Rainbow Rare auch echt nice. Ahem. So. Sneebel. Glumanda. Carbox. Mauzi. Veluosi. Feuerenergie. Ach, Feuerenergie. Wasserenergie. Pou. Schwächenschutz. Phonifras. Araqua ist die Reverse. Und Lydian ist die Stern. Ich habe bisher echt wenig Lydians Stern gesehen. Das ist ein bisschen verrückt. Dabei ist das überhaupt nicht gut spielbar. Das ist ein bisschen verwirrt. Yay. Hier haben wir nämlich die Vorentwicklung auch noch dabei. Ladybar. Huthut. Alola, Vulpix. Trassler. Slimer. Psychoenergie. Phonifras. Quälendes Spray. Tracy. Bundlebee ist die Reverse. Und die Stern. Tangelos. Tangelos. Aha. Weiter geht's im Programm. Hier haben wir Togedamaru. Hier haben wir Togedamaru. Glybunkel. Grimank. Karpador. Pampuli. Eine Kampfenergie. Maila. Kilya. Bunnelby. Broomlay. Rivers. Und Pampos. Das ist die Stern. Ich glaube, dass wir jetzt nur noch vier Packs haben. Also jetzt hatten wir schon eine relativ lange Strecke von nur Sternkarten. Das könnte uns demnächst auch mal wieder was anderes erwarten. Hier haben wir Leliba. Genau. Agilität. Huthut. Mit dem Durchblick. Alula Wulpix. Trassler. Alula Slimer. Eine Metallenergie. Bunnelby. Pou. Schwächenschutz. Rizaros ist die Reverse. Macho Mai GX. Yeah. Sehr coole Pose. Das Macho Mai. Hammer. Sehr nice. Mit Überkreuz, Schneider und Fels... Felsgrundbrecher. Ich konnte das gar nicht so lesen. Ich dachte und. Ja, Felsgrundbrecher. Und Muskelpunch GX. Ist nicht ganz so übel. Leider. Also wenn es ein Basispokémon wäre, wäre es vielleicht echt nützlich. Aber sonst. Für diese ganzen Entwicklungen. Naja. Naja. So. Kommt auch in den Background natürlich. Das ist der Hammer. Jetzt haben wir es aber relativ voll hier. Muss ich sagen. Nächstes Pack. So gute Puls. Deswegen. Naja. Brauchen wir halt minimal länger, als ich angepeilt habe, für dieses Display. Bubungus. Zankabu. Toxipate. Zippa. Pampuli. Eine Feenenergie. Lunarstein. Rizoros. Kiyave. Gibt es auch als Full Art. Kann ich auch gut gebrauchen, falls ihr es zum Tausch habt. Genauso wie Brumlay. Oder andere Secret Rare Trainer. Oder Full Art Pokémon. Oder auch Rainbow Rares. Aus diesem Set. Kann ich alle möglichen gebrauchen. Miraplar ist die Reverse. Und. Zygarde. Ist die Holo. Sehr schön. Nicht unbedingt spielstark, aber extrem schön. Wow. Wir haben jetzt sieben Hits schon. Und wir haben noch zwei Booster Packs. Das heißt, vermutlich wird hier nichts drin sein. Sehr stark vermute ich das. Aber wir hätten natürlich gerne noch eine Lady an. Oder so. Alola Slimer. Riolu. Mautzi. Alola Vulpix. Reislaus. Eine Wasserenergie. Kiyave. Mela. Oder Mela. Chilia. Wie es fröhlich in einem Blumenbeet tanzt. Tortonator ist eine Reverse-Sternkarte. Ist ganz gut. Und Knirrfisch. Knirrfisch ist irgendwie ein bisschen lästig. Ich habe nie so ganz verstanden, die Knirrfischkarten. So. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Hier haben wir Bubungos. Zankabu. Toxipit. Zipper. Pampuli. Eine finsternes Energie. Wo-Ingenau. Rollum. Semon. Zankabu ist die Reverse. Und Smitpo ist die Stern. Das war's mit dem letzten Pack. Von diesem Part nur. Wow, 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 Leute. Das nenne ich mal ne Ausbeute. Das nenne ich ne Ausbeute. Ja. Also, wir haben gezogen, hier in diesem vierten Display, im ersten Teil, in den ersten 18 Boostern, Dianzi Holo, Zygarde Holo, in der 100% Form übrigens, Lucario Holo, sehr schön, ich mag die Karte gern, und Darkrai GX, sehr cool, mit Restauration, gute Fähigkeit, dann machen wir mal GX, die auch noch gefehlt hat, sogar, Ho-Oh GX, auch coole Karte, und Rettungstrager, sehr schön. Das nenne ich eine ganz gute Ausbeute, drei Karten, die mir auf jeden Fall noch gefehlt haben, hier von diesen selteneren, das gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und schaut auch unbedingt in den zweiten Part rein, der wird auch kurze Zeit später für euch verfügbar sein, und eventuell ist auch, findet ihr, unten in der Videobeschreibung, einen Link zu dem nächsten Video, also zu dem zweiten Teil, wenn er dann hochgeladen ist, und ihr findet sowieso immer in der Videobeschreibung unten drunter die Playlists, die ich selbst erstellt habe, von meinem Kanal, von den Displays, von den Spezialboxen, von allem möglichen. Schaut unbedingt rein, es lohnt sich. Euer Pokémaniac, bis dann!